Mallorca 2019 im Mai. Wir hatten eine fantastische Woche in dieser wahnsinnig tollen Finca. Ich stehe gerade am Pool, wie ihr seht. Morgensonne am Pool. Auf der anderen Seite haben wir die Berge und die Sonne ist schon hinter den Bergen aufgegangen. Also es ist wirklich fantastisch. Eine richtig, richtig tolle Finca und ja, wir können es wirklich empfehlen. Wir hatten eine richtig tolle Woche hier mit der gesamten Familie. Die Lage ist fantastisch, genau zwischen Porte Seguer und Seguer. Also besser geht es nicht. Vor dem Haus ist direkt eine kleine Straßenbahn, die man nehmen kann. Mit der Straßenbahn kann man entweder nach Seguer City oder nach Porte Seguer fahren. Ja, also wirklich eine der schönsten Buchten, die es hier auf Mallorca gibt. Wir haben uns die Woche viel angeguckt, aber hier ist es definitiv mit dem schönsten, wie ihr seht. Das ganze Grundstück ist voll mit ganz leckeren, frischen Orangen und Zitronen, die wir uns alle nehmen durften. Jeden Morgen haben wir frisch gepressten Orangensaft getrunken oder auch frisch gepressten Zitronensaft. Einfach wirklich ein Traum. Die Gastgeber sind sehr, sehr nett, haben auch angeboten, einen Abend Paella für uns zu kochen. Definitiv zu empfehlen. Also wirklich ein Traum. Wir können die Finca in jedem Fall empfehlen und freuen uns schon jetzt, hier wieder herzukommen. In dem Sinne, euch viel Spaß auch auf Mallorca und in diesem traumhaften Domizil. Finca Jorca. Urlaub dir was.